Hey, ich hoffe, der Badrück wird heute noch fertig. Ja, für hier. Gut. Das Wetter, 36 Grad heute, da kann man die Klamotten eigentlich ganz daheim lassen. Gleich nachher noch an. Also da, da gibt es auch die Rechnung noch. Was ist mit der Infra? Kommt nachher auch noch vorbei. Hallo meine Lieben und Willkommen zu einem neuen Video. So Jenny, Kopfschicht hast du noch? Zettel? Können wir jetzt endlich mal anfangen? Ich bin schon seit 20 Minuten ready. Ich hau ordentlich drauf. Ja, so ist gut. Mehr, 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 mehr. Ach, Leute. Ihr glaubt, ihr könnt es besser? Dann bewerbt euch doch bei uns bei der Media School Bayern.